Ah, da hinten im Gebüsch, film ihn mal. Wo ist er? Da, unter dem Gebüsch, die alte Sau. Ach du Scheiße, wie ist denn der da so schnell hingekommen? Ich glaube, der sitzt fest. Ne, ne? Doch. Ach, Kacke. Geh mal rum, ob du da was machen kannst am Busch. Dann muss ich mit dem Film aufhören. Hallo, ich bin Kameramann. Scheiße. Warte mal, ich packe die mal hier auf ein Auto rauf. Nimm dir mal vorsichtshalber den Kescher mit. Ja, was sind noch alles? Die Kamera hält so nicht. Wie ist das so? Vielen Dank. Eben war er noch auf der anderen Seite vom Busch. Der ist noch dran, ich spüre ihn noch. Der ist noch dran, ich spüre ihn noch an, ich spüre ihn noch an. Geht schon. Hast du eigentlich MS? Was? Hast du eigentlich MS? Ich bin frei und der Fisch ist weg. Ja. Nur weil Martini zu doof ist. Ja. 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 Ja.